Es gibt keine Epoche in der Geschichte, die so widersprüchlich und raffiniert ist wie die viktorianische Ära. Sie befürworteten ein anständiges und wohlhabendes Leben, waren jedoch fasziniert von der düsteren Realität des Todes. Die Frauen sollten bescheiden sein, während Männer ihre Frauen auf dem Markt verkauften, um sich von ihnen scheiden zu lassen. Sie hielten Make-up für geschmacklos, aber bemalten ihr Gesicht mit Arsenprodukten, um blass auszusehen. Trotz ihrer jüngsten geschichtlichen Bedeutung gibt es so viele Facetten dieser Zeitepoche, ganz ähnlich den Krinolinenröcken, die gelegentlich schockierende Informationen über die Viktorianer auf der Erde selbst kannten. Warum haben Frauenunterwäsche keinen Schritt? Wie können sie es akzeptieren, schädliche Chemikalien wissentlich zu konsumieren? Und was um alles in der Welt war der große Gestank im Namen ihrer Majestätkönigin Viktoria. Willkommen auf unserem Kanal, und heute werden wir einige verstörende Entdeckungen über die viktorianische Ära besprechen. Verfälschung konnte unbemerkt verschmelzen, aber Kontamination ist eine ganz andere Geschichte von Lebensmittel- und Wasserverschmutzung. Trotzdem scherten sich die Viktorianer irgendwie nicht besonders darum, obwohl sie den Cholera-Ausbruch von 1858 den großen Gestank nannten. Bekannt für die Erfindung des Elektromotors war der berühmte Wissenschaftler Michael Faraday besorgt darüber, dass die Thämse zu einem Abwasserreservoir für alle Arten von Abfällen wurde, von industriellem Haushaltsabwasser bis hin zu unbehandeltem Abfall, der im Flusswasser endete. Darüber hinaus führte die neue Sensation der spülenden Toiletten zu noch mehr Verschmutzung des Flusses, da es keine Ablagerungsstelle für Abwasser gab. Faraday beschrieb die Thämse in seinen Beobachtungen als einen Fluss mit einer undurchsichtigen, blassen braunen Flüssigkeit, die in jeder Hinsicht widerlich ist, wie Sie sich vorstellen können. Da sich der Sommer des Jahres 1858 als außerordentlich heiß herausstellte, führte die Hitzewelle nicht nur zur Gärung der Abfälle im Fluss, sondern trug auch den Gestank in die Stadt. Der Gestank war so schlimm, dass die Zeitung ihn als unvergesslich bezeichnete. Dennoch hatten die Menschen Glück, dass sie es überlebt haben und sich daran erinnern können. Die düstere Beschreibung war das Ergebnis des Cholera-Ausbruchs, der bald nach dem großen Gestank folgte und fast 15.000 Menschenleben forderte, wenn nicht sogar mehr. Es wurde vermutet, dass er eine Folge des Gestanks war. Die Cholera war bereits weit verbreitet in London, da die Stadt vor 1858 drei Ausbrüche erlebt hatte, die zwischen 1831 und 1854 stattfanden und Tausende von Menschenleben forderten. Während des letzten Ausbruchs hatte Dr. John Snow, nein, nein, nicht der John Snow, der Dr. John Snow, bereits den Verdacht gehegt, dass die Krankheit sich aufgrund von kontaminiertem Wasser ausbreitete. Allerdings schenkte das zur Untersuchung der Krankheit eingesetzte Komitee seinen Erkenntnissen keine Aufmerksamkeit. Aber nachdem der große Gestank aufgetreten war, wurde das Parlament gezwungen, auf Dr. John Snow und Robert Cook zu hören, und der neue Abwasserkanal wurde angewiesen, fernab von der Themse erbaut zu werden. Fremder, weißt du wirklich, was in deinem Essen ist? Dank der heutigen Gesetze erfahren wir, was unsere Lebensmittel in einer auf der Verpackung aufgedruckten Liste enthalten. Dennoch gibt es ein gewisses Maß an Vertrauen, dass der Lebensmittelhersteller uns nichts vorenthält. Die Viktorianer hingegen hatten keine Inhaltsstoffe auf der Verpackung aufgelistet, aber sie scheuten sich auch nicht davor, ihr Essen offen zu vergiften. Jeder tat es, als die Industrialisierung die Bevölkerung in Richtung großer Städte wie London zog. Grundnahrungsmittel wie Brot wurden billig produziert, um der steigenden Nachfrage der wachsenden Anzahl von Stadtbewohnern gerecht zu werden. Viktorianische Hersteller sahen darin auch eine Gelegenheit, den Gewinn zu maximieren, indem sie die Qualität des Brotes durch Verwendung billiger Ersatzstoffe kompromittierten, die das Brot aufblähen würden, ohne viel zu kosten. Sie verfälschten das Brot mit Bohnenmehl, Gips, Kreide und giftigem Alaun. Drei von diesen vier Dingen sind nicht einmal essbar. Alaun ist eine Aluminium-Basisverbindung, die heutzutage in Waschmitteln verwendet wird. Aber damals machte sie das Brot schwerer und weißer, als es war. Dank solch schlechter Praktiken wurden Verfälschung, Mangelernährung und Magenprobleme wie Verstopfung und chronischer Durchfall in den armen Vierteln Londons zur Norm, was der Sterblichkeitsrate der Stadt neuen Auftrieb verlieh und den Tod von tausenden von Verbrauchern verursachte. Händler verkauften auch faules Fleisch, das mit Fett von frischem Fleisch überzogen war, und fügten Essig und anderen konservierten Lebensmitteln Arsen hinzu, damit sie würziger schmecken. Nöhm! Faules Fleisch! Oh, die Ironie besteht darin, dass Hersteller die einzigen Fälscher waren, die den Verbrauchern Vorteile verschafften. Durchschnittliche britische Haushalte fügten ihrer Ernährung selbst giftige Substanzen hinzu, aufgrund von städtischen Mythen und Fehlannahmen. Im Jahr 1882 wurde in einer schockierenden Enthüllung festgestellt, dass fast jeder fünfte Haushalt in England Borsäure in ihr Essen mischte und blind glaubte, dass die größtenteils harmlose Substanz die Milch reinigen würde. Pasteurisierung war noch nicht erfunden und Elektrizität war noch nicht verbreitet, daher wurde Milch in Haushalten oft recht schnell sauer. Laut Frau Bieten, einer bekannten Journalistin, Redakteurin und Autorin, war die Zugabe eines Löffels oder zweier Borsäure zur Milch die Lösung, um den sauren Geschmack und Geruch schlechter Milch zu entfernen. Doch sie lag furchtbar falsch. Selbst in geringen Mengen kann es Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall verursachen. Aber schlimmer noch, es enthält Bovine Tuberkulose, die Organe und die Knochen der Wirbelsäule schädigen kann. Dank des Rats von Frau Bieten sind rund eine halbe Million der englischen Bevölkerung nicht für die Musik aufgewachsen. Heute haben wir zwei wunderbare Dinge, die wir dem viktorianischen Zeitalter verdanken, Strom und Toiletten mit moderner Sanitärtechnik. Es wird gemunkelt, dass Königin Viktoria, als sie zum ersten Mal eine Spültoilette benutzte, vor Schreck fast umgefallen wäre. Die Spültoiletten wurden jedoch nicht Opfer ihrer königlichen Autorität und verbreiteten sich in ganz London ziemlich schnell. Allerdings war Königin Victorias Angst vor der Spülung nicht unbegründet, da frühe Spültoiletten oft mit einem Knall ausgingen. Die Ursache für explodierende Toiletten während des viktorianischen Zeitalters war der menschliche Abfall, der sich in den Abwasserkanälen ansammelte und brennbare Gase wie Methan und Wasserstoffsulfid abgab, die vielleicht zurück in die Häuser gelangten. Da Elektrizität im Privi nicht üblich war, mussten die Menschen Kerzen ins Badezimmer mitnehmen. Methan, das aus der Toilette sickerte, kam mit der entzündeten Flamme in Kontakt und kabum. Du lieber Himmel, ich bin froh, dass Sie das in den Griff bekommen haben und wir keine explodierenden Toiletten mehr haben. Nun ja, außer wenn ich bei Taco Bell esse, aber das ist eine andere Geschichte. Elektrizität selbst war keine besonders sichere Technologie, als sie im viktorianischen Zeitalter ankam. Elektrischer Strom ist nichts, mit dem man spielen sollte, und die Menschen hatten nur sehr wenig Ahnung davon, wie es funktionierte. Deshalb mussten die Elektrizitätsgesellschaften Warnungen herausgeben, um die Menschen darüber zu informieren, was sie nicht mit elektrischen Geräten und Steckdosen tun sollten. Natürlich folgten die Menschen diesen Anweisungen und lernten, Elektrizität sicher zu verwenden. Nicht zu irren ist allzu menschlich, und wenn es um Elektrizität geht, taten die viktorianischen Menschen genau das, was ihnen nicht aufgetragen wurde. Verbraucher würden mehrere Geräte an dieselbe Steckdose anschließen und versuchen, die Geräte selbst zu reparieren, oft ohne sie auszuschalten und mit unisolierten Kabeln zu hantieren. Die Zeitungen des viktorianischen Zeitalters hatten immer viele Berichte über Menschen, die sich selbst elektrisierten. Dann gab es auch den Fall von generell unsicheren elektrischen Geräten, wie zum Beispiel eine bizarre elektrische Tischdecke mit einem Stecker für eine Tischlampe, die nur eine kleine Wasserverschüttung benötigte, um zu explodieren. Frühe Kühlschrank-Designs waren extrem fehlerhaft und undichteten giftiges Ammoniak aus. Die viktorianer bauten auch elektrische Griffe für Pferde und elektrische Stäbe in ihre Hüte und Regenschirme ein, und lassen wir besser nicht darüber sprechen, wie sie versuchten, Elektrizität aus verstorbenen Katzen zu gewinnen. Keine Ära in der Geschichte ist so gut definiert und bekannt für ihre Mode wie das viktorianische Zeitalter. Das viktorianische Zeitalter war eine aufwendige Darstellung von Klasse, Wohlstand, Schönheit und Zweckmäßigkeit für Frauen und Männer. Nahezu jede Schicht ihrer Kleidung war unpraktisch und manchmal unbequem, aber verdammt, wenn sie nicht immer wunderschön modisch waren. Die Krinolin-Ära, die in den zwei Jahrzehnten zwischen 1850 und 1870 beliebt war, ist heute bekannt für Krinolin-Röcke, wie der Name schon sagt. Diese Röcke hatten immer aufwendigere Schichten, die über einen großen hölzernen Reifen geworfen wurden, und wenn sie zusammengestellt wurden, entstanden massive Outfits, die Frauen heutzutage kaum noch wagen würden, für den täglichen Gebrauch auszuprobieren. Offensichtlich waren Krinolin-Röcke extrem gefährlich. Es war, als würde man in einem Sumo-Anzug gehen, aber nur der untere Teil davon. Damen blieben oft in Türen stecken, aber wenn man in einer Ära lebt, in der Elektrizität ein seltenes Phänomen war, in Krinolin-Röcken zwischen Kerzen zu gehen, war gleichbedeutend damit, Feuer zu fangen. Eine satirische Zeitschrift aus dieser Ära namens Punch riet Ehemännern, ihre Frauen im Feuerversicherungsbüro anzumelden. Der Mangel an Sicherheit zwang die Krinolin-Röcke schließlich in die Mode, aber das, was Frauen darunter trugen, wäre selbst heute noch schockierend. Aber irgendwie war es für die prüden Viktorianer völlig normal, Unterhosen zu tragen. Frauen trugen lange Paare von Blumers, die vom Taillenbund bis zu den Knöcheln reichten, aber trotz des Namens Unterhosen bedeckten sie ihre intimen Teile nicht. Diese Blumers waren gemacht, um nur die Beine zu bedecken, und der Rest war dem kalten Wind ausgesetzt. Heutzutage tragen Menschen schrittlose Unterwäsche, um ihre Liebhaber zu überraschen, sagen wir es einfach so. Aber damals gab es eine vernünftige Logik dahinter. Offensichtlich war es nicht einfach, die hölzernen Rahmen der Krinolin-Röcke in dem kleinen, Klaustrophobischen Abort abzulegen. Die Damen mussten also Mittel finden, um die Toilette zu benutzen, ohne sie auszuziehen, und hier ergaben schrittlose Unterhosen Sinn. Trotz des einfachen Zugangs zur Toilette und Luftzirkulation gab es jedoch ein kleines Problem mit diesen Blumers. Die Zeit des Monats. Diese Damen trugen eine nahezu unendliche Anzahl von Schichten und schrittlose Blumers, aber Damenbinden oder Handtücher waren noch nicht erfunden worden. Das Ergebnis war, dass sie Blut über ihre Blumers und inneren Schichten bekamen. Historiker glauben, dass viele von ihnen eine Windel eines Babys verwendeten, die von einem Gürtel gehalten wurde oder Schafswolle wie Tampons verwendet wurde, um Unordnung zu vermeiden. Um fair zu sein, bevor wir zu tief eintauchen, ist dies der perfekte Ort, um das Video zu beenden. Teilen Sie uns Ihre Meinung über die Viktorianer in den Kommentaren unten mit. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, teilen Sie es, liken Sie es und abonnieren Sie. Wie immer, vielen Dank für das Anschauen unseres Videos. Wie immer, vielen Dank für's Zuschauen unseres Videos.